Jo Leute, Willkommen zu einem neuen Minecraft Projekt. Wir sind hier zuviel am Start und sag einfach mal alle Hallo. Hallo. Ja, wir spielen jetzt einfach hier Minecraft. David, den David kennt ihr ja, hier das ist der Blaue, die kennt ihr ja von Forza und Jan kennt ihr von, wie heißt das Spiel? Sense4 3 und Felix kennt ihr von Landwirtschaft Simulator 2015, der spielt das ja die D3 spielen, das hier D3 und ich spiele momentan nix, aber bald kommt Assassin's Creed, ja. Ey, Fotze. Okay, ja, dann würde ich mal losgehen, warte, warte mal, ähm, ja, was sollen wir jetzt machen? Lass mal auf den Berg klettern. Lass den Berg einfach später aus unser Haus machen, denn hier und so weiter. Lass den Berg erklimmen. Okay, ab nach oben. Mit gestrecktem rechten Arm nach vorne. Schlacht der Schwein. Weil es gibt neue Blöcke. Grobe Erde. Wo? Was? Ja, gibt es. Es gibt neue, neue Blöcke, richtig viele. Ja, grobe Erde gibt es. Ich hab zu lange kein Minecraft mehr gespielt. Lotto. Machen wir jetzt hier draus gerne mal eine Adventure-Map-Folge. Adventure your Minecraft. Rampen dran, sagst du. Ey, wer zuerst kommt und runden. Ich jump und runden. Nein, ich bin runtergefallen. Wer zuerst umzeit gewonnen? Okay. Ich bin runtergefallen, Leute. Ja, blöd glaube ich. Verklappen. Auf welchem Berg ist es in zwei? Der hohe, der höchste. Scheiße, ich bin auf dem Falschen geklettert. Aber immer noch über Felix und über Kai. Ich führe! Oh, die Stelle ist irgendwie scheiße. Ich hab kein Werk. Oder müssen wir ganz oben rauf. Ach, du Scheiße. Ich hab keine Böcke zu bauen. Was wollen wir oben auf dem Berg aufmachen? Nein! Ich bin auch runtergefallen. Mein Name ist Marvin. Das ist richtig awesome hier. Hier ist es cool. Hier bleibe ich für immer. Alter, meine Maus spielt grad voll verrückt. Nie wieder zur Schule! Mama! Deine Maus spielt immer verrückt. Du hast schon mal festgestellt? Ne. Das ist eben eine scheiße Red. Ey, Red ist voll geil. Ich habe auch eine, Alter. Die ist voll dreckig geworden. Jawohl! Erster! Ein Werbegeschenk. Ich werde weiter. 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 Über... Alter, genau über die Wolken. Jetzt weiter! Genau über die Wolken. Genau über die Wolken. Wow! Alter! Junge! Nein! Haha! Dritter! Fotze, 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 Fotze! Hör doch auf, Alter! Ich bin ja echt tot, man! Ich auch. Der Fing! Alter, hör auf jetzt, du Fotze! Alles raus! Alles raus! Lol, hier ist eine Wolke in mir drin. Grobe Erde sieht scheiße aus! Grobe Erde? Ja. Grobe Erde? Dein Block heißt Grobe Erde. Oh Leute, hier, ganz selten! Nein! Was, ein Schaf oder was? Nein! Eine Wei... eine... eine Bergkuh! Eine Bergkuh, sagst du? Ja, die sind sehr, sehr... und schüchtern! Man hört sie nur manchmal! Leute! Aha, interessant! Ja, und was machen wir jetzt hier oben? Ja, ich hab doch zu viele Magic Match für uns genuscht. Ja klar! Ich steh auf sie! Das merkt man irgendwie gar nicht. Ehhh... Egal, was ist noch? Voll klopfen! Ha! Ey! Ihr Tildet denn alle beide, Alter? Ich weiß, was wir mit den Einstellungen machen! Ja, ja, ihr habt auch gesagt! Okay, ja, ja, was nur noch machen! Okay, wir müssen jetzt erstmal... Lasst hier oben unsere... unsere Basis aufbauen! Höhe, Basis. Höhe! Ähm, wollte ihr ein bisschen was haben? Hier Kai, Kai, mein Kumpel. Mein Kumpel. Komm's da, mein Kumpad. Ja, ein Schwurt. Jan, es ist genug für alle da. Stell dich mit hinten an. Nee, kann ja. Jan, Jan... Jan kann ich hier anstellen. Ähm, jetzt ist die Frage, wollen wir hier oben bauen oder unten? Was kann ich aus drei rohem Fleisch machen? Nix. Ähm, drei gebratene Fleisch. Okay. Ich hab auch ne Bergkuh gefunden. Oh nein, sie ist runtergefallen. Nein! Boah. Vollklöcken! Bist du nicht tot? Ne. Scheiße. Oh, Digga, lass mal den Shit hier. Wollen wir jetzt hier oben bauen, oder wollen wir unten unsere Häuser bauen? Wollen wir nicht. Kannst ja mal gucken, was unten ist. Hurensohn, ich wär fast ins Wasser gefallen. Hahaha. Jetzt bist du tot. Schmitsch. Das war wohl der Ansatz mit X. Oder wir machen erstmal ne Runde Basejump. Jo, ich mach mit, ich mach mit, hier ist Wasser. Wir müssen da oben einfach nen Sprungturm bauen. Dann komm her. Hier ist Basejump. Hier kann man nimm das Wasser da oben springen. Ne, hier kannst du auch cool in so nen riesigen See springen. Oh. Toll. Flüss dich auf. Toll. Clash of Plans hat sich gestartet. Hab man das gerade gehört? Nein, Mann, ich nimm das kleine, sonst ist das ja kein Spal, ist das ja nicht lustig. Stimmt auch irgendwie. Schicksal würd ich ja sagen, ne? Also von da. Ja, Felix, film das. Da in dieses Wasser. Ja, wo seid ihr denn? Wo, wer seid ihr denn? Oben. Ja, oben. Es gibt vier Seiten, wo ihr springen könnt. Jo. Hey, ich... Leute, die wollen schon mal ein Häuschen. Halt, ich kann's doch noch gar nicht filmen, Jungs. Du warst gerade daneben, du Affe. Da stand es direkt daneben. In dem kleinen Teich. Warum sagst du nichts? Warum sagst du nichts? Wo sind sie denn mal zurückspulen? Voll kloppen. Wie hab ich gesehen? Voll... Ey, das sind meine XP, Junge, die klausten mir nicht. Alter, Jan. Geht mal bitte. Aber Arsch sind das deine. Mir genauso gestorben wie du. Aber das sind meine Holzwerkzeuge. Ja. Willst du hier kurz in meinen gehen? Dann bauen wir uns mal just ein Haus. Ey, Felix, du fohle. LOL! Der sieht das geil aus. Komm mal von hier zu dem Werk. Das ist einfach ein mega fetter Wasserfall. Ich hab meine Blume und mein Holz. Oh mein Gott, wie geil. Nein! Du bist behindert? Nein! Das sind meine Holzschwerter. Alter, lass mich in Ruhe. Ich klopp dich. Ey, du hast meine ganzen Sachen geglaubt. Ja, dann fohle mich jetzt erstmal nicht. Ich geb deine Sachen zurück, aber meine Holzsachen behalte dich, Schätzchen. Mach doch einfach PvP. Mach doch einfach PvP aus. Nee, er verliert eh ohne Schwert. Wir müssen uns das hinten einfach angucken. Das ist zu göttlich. Wir müssen wir unbedingt bauen. Oh, bin bei dir. Alter, guck dir das an. Felix, den Rest auch. Ich hab nicht mehr, den Rest hat Jan. Ja, wir komm her. Woll nicht rum und komm ran hier. Alter, ihr sagt doch nicht, wo seid ihr? Hinten. Ja, hinten. Da haben wir die ganze Zeit von gesprochen. Oh, der gibt ja nicht an, Alter. Oh, der gibt ja nicht an, Alter. Jungen. Mann, Mann, äh. Werkbank. Hab ich auch schon. Verlobob. Und das hab ich noch. Das ist hier vorne erstmal so ein Grußvorgang. Das hab ich auch nicht. Ja, gut. Erstmal einstecken, einstecken hier, ne? Ich hab mir meine Sachen geholt. Erstmal einstecken. Inventar voll. Das sind drei vier Sachen. Von mir. Inventar voll. Das sind drei vier Sachen. Inventar voll. Das sind noch eine große Familie. Ja. Äh, macht das heute am besten in die Kiste rein. Und nicht zerkleinern, weil das sieht mit den breiten Wetten dann geil aus. Was kostet noch mehr, ne? Hey, dann lass doch mal eine kleine Stützung bauen, wo wir wohnen. Ich mach mal eine kleine Erkundungssituation hier durch die Gegend. Ja, der erste große Clubhaus und dann jeder so ein eigenes Haus, oder? Ja, okay. Das heißt, wir müssen erstmal ganz viel Holz fahren. Hallo. 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 Was du da? Nichts wie immer, ne? Ich hab gestartet eben. Alter, meine Maus spinnt total. Ja, dann puste einmal unten an Sensor ran. Ja, dann puste einmal unten an Sensor. Dann geht's dir wieder. Pff. Pff. Und, geht's dir wieder. Ne, warte. Ne, jetzt geht's dir gar nicht mehr. Der hat verkackt. Ey, mein Tisch ist, glaub ich, immer zu dreckig. Ja, hast du kein Mausbilder, aber bist du dann immer Fuscher? Ach, mein Tisch ist zu dreckig, wie geil. Ja, der Tisch ist wirklich dreckig. Hast du keinen Mauspads? Nein. Alter, ich schenk dir mal halt, Alter. Von Arctic Cooling, Alter. Das ist nicht was Vernünftiges. Ich fang schon an das Haus zu bauen, okay? Ja. Ah, ne, nicht von Arctic Cooling, sorry. Von Inno 3D, Alter. Von meiner Grafikkarte. Auch wie geiler. Nass du wenigstens etwas. Nass du wenigstens etwas Power in deinem Zimmer. Aus drei Eichenholzbätern krieg ich jetzt drei Türen raus. Wie geil ist das denn? Was? Ach, was? Also, wenn ich jetzt eine normale Tür mache, krieg ich direkt drei Eichenholzbäuter. So. Äh. Ist aber auch neu. Aber ist ja scheiße neu, ne? Ja, das verst... Das stimmt. Hab ich, was das bringt. Ja, das siehst du. Ja, ich seh dich. Nein! Oh, Jungs! Die erste Nacht. Was? Wir können dann nämlich hier hochgehen, das so als Hinterraum. Das ist cool. Dann machen wir eine komplette Glasfront. Warte, und dann mach doch drei Stücke. Also drei Block hoch. Lass es hier nur die Tür. Oh ja, die ersten Monster spawnen. Oh nein! Oh nein! Bauch schon mal hier in diese Richtung ein bisschen. Ich bin weit, weit weg von zu Hause. Am besten, dass du dein M-Fügen hattest. Ha! Ja, ne? Verkackt. Ja, oder... Oder ne Wünensituation, ne? Kai, wir müssen das jetzt fertig kriegen. Wir machen erst mal ein kleines. Ach so. Okay. Leute, jetzt hab ich hier so ne Scheiße! Ich baue auch mal ein bisschen mit, ne? Ja, jetzt klär ich dir. Äh, okay, hier spawnen viele Monster gerade. Ich komm... Meinst du, so ein ganz Mieter? Nein, Felix! Habt ihr schon Glas? Nein, also! Ja, aber komm mal keine... Oh, doch. Ja, ich geh mal kurz. Wir können nur spinnen können dadurch. Ja, und gerade spinnen machen mir Angst. Mach kurz ne Schaufel und hol kurz Glas. Was? Hat schon jemand von euch ne Spitzsacke für Stein? Ja, ich kann die Kette geben. Ja, ich hol kurz Sand, damit wir uns Glas brennen können. So, gut. Hol schon mal bisschen Kohle, wenn das geht, für ne Fackel und nen Ofen. Ja, ich hab... Ja, ich hab... Ja, ich hab... Ich hab kein Holz. Lass uns den... Die Decke aus Birkenholz machen. Dann ist das ganz ein bisschen... Ne, den Boden aus Birkenholz. Dann ist das ganz ein bisschen heller. Jan, dann fahren mal ein bisschen Holz. Ich muss einfach mal zurückkommen. Wo bist du denn denn? Äh... Also ich bin einfach komplett quer durch die ganze Wüste gerannt. Felix! Ja, nimm mal ein bisschen Sand mit. Ja Junge, du nimmst auf und stehst hier nur rum. Ja, sorry. Unnötig, Felix. Unnötig. Ja, was denn? Ja, was denn? Ja, was denn? Ja, was denn? Wieso? Ist doch gut, dass das so... Wieso? Arbeit nimmt man mich jetzt auch auf? Was? Ja? Nehmen wir einfach deine Aufnahme. Weil du machst ja ganz tief. Oh, drei Keeper! Ja, ich hab aber auch keine Ansage. Wo ist der Keeper? Jo, Alter, die Schlacht, die Schlacht ich jetzt, Alter. Alle mit einmal. Zack, 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 zack! Ich hol noch... Ich hol noch ein bisschen Dings, ne? Scheiße! Ich mach schon mal nen Deckel drauf. Ja, ich hol noch ein paar. Ja, ich mach schon nen Deckel drauf. Hast du schon die Kiste hier reingemacht? Ich hatte nie ne Kiste. Achso, ne, die steht hier draußen. Ich hol die kurz rein. Oh! Lecker Äpfel! Schnell rein ins Haus! Schnell rein! Schnell rein! Ja, was holst du auf so viele Leute? Ha! Das heißt Zombies, ihr verkackt! Oh! Ah! Fuck! Fuck! Ah, tot! Oh Gott! An Abgang! Ich kann nicht mehr sprinten! Da hinten ist ne Hexe! Ne böse Hexe! Habt ihr jetzt das Haus genau gebaut? Beim Spawn. Bitten da auf dem Feld, wo wir nicht sporn sind. Alles klar, ich bin unterwegs. Nicht schlecht. Ich komm angeschlichen. Ah, ich seh's! Neue, wie viele Monster sind da bitte? Neue, ne? Scheiße! Na hin, wisst euch! Tür auf, Tür auf, Tür auf, Tür auf! Ja, wir machen Scheiße gerade. Wenn wir das jetzt zumachen, haben wir kein Licht mehr drin hier. Ah, ne, wirklich? Wir müssen irgendwie... Ja, wir... Nein, wir können doch Holzkohle machen. Warum wollt ihr das überhaupt? Wir haben kein richtiges Holz, wenn du ganz Holzkohle nur aus... Richtiges Holz machen. Ja, ich hol doch gerade, ich bin doch am Farm. Ja, wir sind alle jetzt hier nur in einem Häuschen drin, wenn wir kennen. Ja, ich komm gleich. Ey, guck mal, wir machen die Tür auf, Alter, wird geschlachtet. Alter, ist echt so. Zack, 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 siehste, alles tot hier. Oh! Alter, du sollst mich nicht schlagen, Affe! Ja, Alter, schlagt mit doch nicht! Ein live noch, Alter, ne? Ja, ich auch, wegen dir. Mach die Tür auf, Tür auf, Tür auf! Ja, ich hab ein bisschen Holz, warte, ich... Boah, wer ist da? Heidu! Sehr gut! Ähm, so, warte, ich bin... Was brennt hier? Fleisch? Gut! Ja, ich muss schon mal, mein Fleisch will brennen. Felix? Nein, kein Schwert! Danke! Danke! Hier, oder Kai, oder Jan, hier. Daraus könnt ihr dann Holzbohle machen. Jo. Mach doch mal kurz nen zweiten Ofen. Mach doch mal kurz nen zweiten Ofen noch. Brauchen wir doch gar nicht mehr. Ey, gib mir mein Fleisch wieder, du Stricher! Sei nicht so'n Arsch! Alter, ich hab kaum was zu fressen, ich hätte jetzt einen Steg gegessen, Alter! Du hast zwei gefressen, jetzt sag nichts! Eins! Pass auf! Ich habe... Ich habe... Ich habe noch ne halbe Keule und ne halbes Herz. Habt ihr das noch Steine? Ey, ich hab zwei Herzen! Und acht Keulen! Ja, siehste! Ey, warte, ja, kein Zweiger! Na, ich schelte überführt, ne? Nee, aber nur zwei Stück! Weißte, das lohnt nicht! Anfrag ab damit in die Kiste! Die erste Holzkohle! Wir haben schon neun Samen, wir können uns schon mal ein Feld anbauen. Ja, aber... Ein Wasser, oder? Ja, warte, ich mach erst mal ein paar Fackeln. Ich baue mal kurz draußen auf Holz, wenn ich sterbe, ist ja nicht so schlimm. Was ist denn das für ne Einstellung? Gute. Wenn ich nicht sterbe, wenn ich sterbe, ist es nicht schlimm. Deswegen, da rette ich hinter 40. Ich geb dir ein bisschen Deckung. Vorsicht, Topi! Mach ich... Mach ich kaputt! Oh, fuck doch nicht! Oh, fuck! Ja, der trifft mich einmal und ich bin tot. Ich will nicht sagen, ich hab nur ein halbes Herzchen. Scheiße! Du dürfen halt nur keine Creeper herkommen. Erst dann brauch ich ne Axt. Nein! Boah! Hast du alles für Items bei? Oh, ganz schön viel. Ich bin schon wieder da. Hast du alles eingesackt? Alter, nein, ich komme. Ich bin doch hier! Alter, der... Alter, David! Rehn mir doch nicht vor die Flinte! David, kriegst du wieder? Was denn? Eine Spitzhacke. Ich hab keine Spitzhacke von dir. Ich hab die. Die drehen sich jetzt auch schon mal ganz wohnlich aus. Die Spitzhacke! Irgendwer... Ich glaube, Felix hat jetzt die Spitzhacke aufgeklammelt. Mehr hab ich nicht. Ja, hier. Die hab ich aufgesammelt, richtig. Äh, scheiße, Spinnen. Oh, Alter. Da hast du so aufgesammelt, du Affe. Ja, dann musst du mal ein bisschen aufnehmen. Am Arsch! Komm, jetzt sei nicht so ein Wichser und gib mir meine wieder. Hey, was ist denn? Was ist denn ein Problem? Ja, dass du dir die, äh, meine vollständige unter den Nagel gerissen hast. Nee! Wir müssen doch erstmal Schafe suchen, damit kann der Creeper mit so ein kleiner Rodenkrabolt, ey. Dann gib mir mal ein anderer wieder. Fuck, Spinnen! Hab doch eben gesagt, Alter! Ich sterb mit dir! Jawoll! Eimernfeier Kalkreis! Dann brauchen wir hier einen Anbau! Dann räumen wir nicht jetzt an! Dann müssen wir... Ich... 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 Vielen Dank. Vielen Dank.